Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Bundesminister Müller und ich haben als Start für die Gehaltsverhandlungen 2020 den 24. Oktober 2019 vereinbart. Beim ersten Termin werden die Wirtschaftsforscher die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen erläutern. Wir wollen für alle Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst ein nachhaltiges Lohnplus erreichen. Das heißt, es muss für alle die Kaufkraft dauerhaft gestärkt werden. Das ist unsere Zielsetzung.